Was schreibst du da über mich? Und über Richard, den du nicht mal annähernd das Wasser reichen kannst. Und Klaus und Paula, dass ich ohne sie glücklicher wäre. Warum hast du das getan? Weil ich nicht dabei war, als du deine tote Katze abgeholt hast. Du hast meine Familie ruhig. Übernimm endlich Verantwortung. Ich habe dir genau das gegeben, was du gebraucht hast. Und mich wirst du immer noch verstricken in dieser sinnlosen Ehebe. Was? Du kannst es momentan nicht sagen, du kannst, ich wollte hier mit dir leben. Du brauchst mich. Du brennst mich ins Gefängnis, ich krieg vielleicht zwei Jahre. Die vergehen wie im Flug. Ich werde dich jede Woche besuchen kommen. Was ist das? Wir haben noch ein ganzes Leben zusammen vor uns. Klaus und Paula, das ist eine Liebe, Safir. Eine Beziehung, hm? Was? Kleine, klebrige Goldstelle? Und meine Haare in deinem Tagebuch, hm? Wo hast du die Obdär? Mit dem einer Scheißspinz hat, mit 2000 Wallen, zu einer Witzung, oder was? Weißt du nicht, dass man anderen Leute Tagebücher nicht liest? Das ist privat! Wir sind deine Kumpels. Wir sind deine Kumpels.